Hi! Möchtest du einmal ganz kurz in ein, zwei Sätzen sagen, wer du bist und was deine Aufgaben hier im Lab sind? Hallo, ich bin Eva und ich arbeite hier im WinLab, bin die WinLab-Managerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin hier an der Technischen Hochschule. Hi, ich bin Sarah, ich arbeite hier im Lab als studentische Mitarbeiterin und bin da vor allem für den ganzen Social-Media-Bereich zuständig. Ich bin Isabel und ich arbeite im WinLab als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Das heißt, ich mache vor allem die Betreuung der User und Userinnen beim OpenLab Day. Ich kümmere mich um Workshops und produziere auch das ein oder andere YouTube-Video. Hallo, ich bin Hans und ich bin hier im WinLab der Elektronik-Guru. Das heißt, in allen Fragen, sei es in Löttechnik-Fragen, Bauelemente-Fragen bis zu Rudimentär-Programmierung bin ich der Ansprechpartner hier im WinLab. Ja, ich bin Kilian, ich bin jetzt der neueste Mitarbeiter hier. Ich studiere in Wildau Automatisierungstechnik und versuche die Drucker in Schuss zu halten und betreue hier halt die Menschen am OpenLab Day mit. Mein Name ist Benni. Ja, ich bin hier im WinLab tätig für eigentlich alles rund um die ganzen Workstations, die Software, was darum geht. Auch immer, wenn es irgendwie um das Thema Streaming, Liveaufnahmen geht. Meistens der erste Ansprechpartner und halt eben auch für viel Videoschnitt verantwortlich und Text und Tricks. Ja, hallo, ich bin Jakob. Vielleicht kennt ihr mich auch von unserem YouTube-Kanal. Ich bin hier im Lab für alles Mögliche zuständig, nicht nur für die Online-Workshops, sondern auch für ein paar Geräte hier, vor allem 3D-Drucker, Lasercutter, Stickmaschine und jetzt neulich auch unser Textildrucker. Was denkst du, wie viele Videos wir hochgeladen haben und wie viele Klicks zusammengekommen sind? Also ich denke, dass wir vielleicht so 110 Videos hochgeladen haben, seitdem wir das machen. Das ist ja, glaube ich, seit Anfang der Corona-Zeit, dass wir regelmäßig Videos hochladen. Und für die Aufrufe oder Likes, was meinst du? Aufrufe. Aufrufe. Okay, Aufrufe haben wir vielleicht 10.000. Ja, also es sind 111 Videos und über 35.000 Aufrufe. Und ja, die wir in diesen zweieinhalb Jahren geschafft haben. Das macht uns, ich habe mal nachgeguckt, in diesen zweieinhalb Jahren eigentlich zum größten Makerspace-Channel, weil es gibt keinen anderen Makerspace-Channel, der so viel Aufrufe hat in der Zeit. Cool. Ja. Was denkst du, wie viele Online-Workshops du gemacht hast und wie viele Klicks dabei zusammengekommen sind? Da müsste ich mal drüber nachdenken. Ich glaube, dass ich so bei, wie viele Klicks 10 bis 12 bin. Und Aufrufe vielleicht sind ich so 20.000. Du bist tatsächlich bei über 23 Online-Videos und über 3.100 Aufrufen. Und damit auch noch zwei unserer CreatorInnen hier auf dem WinLab-Kanal. Deswegen herzlichen Glückwunsch erstmal zu meiner Seite. Dankeschön. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mal schätzen so 15. 10 bis 15. Und Klicks? Ich habe gar keine Vorstellung. Ich sage mal 300. Habe ich mich stark, stark unterschätzt. Herzlichen Glückwunsch. Egal ob von dir oder von anderen, hast du einen Lieblings-Workshop? Also, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den Live-Workshops und den Videos, die hochgeladen wurden. Weil das nochmal so ganz anders ist. Von den Live-Videos hat mir, glaube ich, dieser eine, der ist mir zumindest im Gedächtnis, Stick Dein Song. Den fand ich cool. Also inhaltlich auch cool und gab auch ganz gute Resonanz darüber. Und man sieht hier auch einen Code davon aus dem Video. Also schaut euch das Video an. Und von den Videos, die vorab produziert wurden, hat mir dein einer ganz gut gefallen, Benni. Das war der erste Maker Talk oder zweite Maker Talk. Also einer von den Maker Talks. Ah, Maker World. Genau, Maker World. Genau, weil ich einfach finde, dass du eine super Videostimme hast. Also ich fand die Workshops rund um Textilbearbeitung eigentlich ziemlich cool. Da haben wir ja auch ein paar gemacht. Aber ich glaube so, mein Favorite ist der Drohnen-Workshop. Weil das natürlich auch in dem Fachbereich liegt, was ich studiere. Und deswegen muss die Antwort kommen. Also allgemein mag ich immer so Workshops, wo man ein konkretes Projekt bearbeitet. Also wirklich zeigt, wie man aus gar nichts einfach was Komplexes herstellen kann. Da fallen mir so die Workshops ein, wo ich so Stempel gemacht habe. Oder auch zu Weihnachten eben die Plätzchen-Ausstecher. Die haben mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann gefallen mir grundsätzlich auch Workshops, die man gemeinsam macht. Beispielsweise mit Eva zusammen. Oder auch mit Felix. Ja, es gibt, sagen wir mal, Löt-Workshops. Da sind mindestens zwei irgendwo verfügbar. Wo ich mindestens als Stimme präsent bin. Dann haben wir einen recht großen Workshop hier gehabt. Also jetzt von der Anzahl der Workshops. Das ist der OBS, der Open Bike Sensor. Dort sind also ein- oder zweimal Aufzeichnungen bzw. Bilder im Netz gelandet. Ich fand den Maker Talk sehr cool mit Jakob. Der hat echt Spaß gemacht. Ja und sonst halt die ganzen Projekte. Ich mag eigentlich alles, was wir machen. Dadurch, dass wir es halt selber machen. Finde ich das alles gut. Da würde ich persönlich sagen, muss ich gestehen, sind das wirklich die Maker Rolls. Weil es mir einfach unheimlich viel Spaß macht, so überall international unterwegs zu sein. Verschiedene Paper zu lesen und mal zu gucken, was auf der Welt so vor sich geht. Aber generell wirklich einen da spezifisch raus zu finden, ist sehr, sehr schwer. Ich muss sagen, ich bin jetzt ganz stolz auf den letzten Workshop. Vor allem auf das letzte Thumbnail bei dem 3D-Design mit Adobe Illustrator. Das fand ich ganz cool. Da habe ich mir echt Mühe gegeben. Und sonst, ich fand im Nachhinein die ersten ganz cool. Weil da spürt man immer noch, wie nervös ich bin, weil es Anfang Corona was ganz Neues war für mich. So vor der Kamera zu stehen bzw. Live-Workshops zu machen. Die finde ich im Nachhinein ganz witzig. Und vor allem, dass man da diese Entwicklung sieht. Das finde ich ganz toll. Gibt es einen Workshop, den du unbedingt noch machen möchtest? Also ich glaube, wir haben noch ein paar Geräte, die wir jetzt neu dazubekommen haben in den letzten Wochen und Monaten. Und so der Vollständigkeit halber fände ich das ganz cool, dass wir da noch Videos zu machen. Ist auch schon in der Planung. Also seid gespannt. Ja, also alles was in Richtung Luftfahrt geht, was mit dem Thema zu tun hat, wäre auf jeden Fall cool. Also vielleicht nochmal einen Thronen-Workshop oder einfach sowas würde ich sagen. Also in meinem Kopf spüren immer super viele Ideen rum. Jetzt so konkret eine Idee ist schwierig. Da müsste ich nochmal ein bisschen nachdenken. Was ich auf jeden Fall halt mal machen möchte, ob es nun als Workshop sein wird oder nicht, ist ein Gesellschaftsspiel entwickeln. Also weiß ich nicht, so eine neue Form von Mensch ärgere dich nicht oder so. Wo man einfach ein komplexes Spielbrett dann entwickelt mit kleinen Spielfiguren. Vielleicht auch so ein 3D-Drucker oder Lasercutter. Das wäre mal so ein Traum von mir. Meine Zielvorstellung besteht darin, wir haben ja auch Messtechnik hier. Dass ich einen Workshop mache für die Nutzung unserer vorhandenen Messtechnik. Damit jeder diese effektiv nutzen kann. Auch wenn ich mal nicht da bin. Nein, wir sind ja gerade dran an der Umsetzung. Also ich fand es halt immer schade mit der Fräse, dass sie stand. Und da kommt ja jetzt bald das Video zu. Da ist Betrieb hinter. Ja, nee, sonst erstmal vielleicht noch ein Metall-3D-Drucker. Aber das dauert noch. Das ist eine gute Frage. Das ist sehr, sehr schwierig. Mit der habe ich mich jetzt auch gar nicht weiter auseinandergesetzt. Obwohl ich die Fragen eigentlich geschrieben habe. An sich so ein Workshop, den ich richtig gerne mal machen würde. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist aber ein sehr großes Projekt. Dadurch, dass es mir immer sehr viel Spaß macht. Auf diesen ganzen Veranstaltungen zu sein. Und dort halt einen Workshop zu machen. Vielleicht auch so etwas mal international zu machen. Und mal ein, zwei Makerspaces. So wie Jakob das in seinen Interviews macht. Mal mit zu interviewen. Es gibt immer genug Ideen. Und ich schlage das auch immer vor, wenn mir etwas einfällt. Ich glaube, das, was ich bis jetzt machen wollte, haben wir tatsächlich schon umgesetzt. Es kommen natürlich neue Ideen dazu. Was ich jetzt ganz gerne machen würde jetzt in der Zukunft. Viel mehr nicht online, sondern vor Ort Workshops machen. Darauf freue ich mich total. Und das ist jetzt auch geplant nach der Sommerpause, dass wir dann auch viele vor Ort Workshops machen. Vor allem Beat Saber Turnier. Auf das freue ich mich besonders. Gibt es irgendwas, was du den über 500 Abonnenten mit auf den Weg geben möchtest? Ja, sehr gerne. Ganz, ganz vielen Dank, dass ihr unseren Kanal abonniert habt. Dass ihr so fleißig zuschaut und auch schöne Anregungen und Kommentare da lasst. Die wir immer gerne aufgreifen und auch dann umsetzen. Und ich möchte mich auch noch ganz herzlich bedanken beim ganzen WinLab Team. Weil ohne die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre das überhaupt nicht möglich gewesen, um so einen fantastischen YouTube-Kanal auf die Beine zu stellen und vor allem am Laufen zu halten. Ja, vielen Dank, dass ihr den WinLab Kanal abonniert habt. Dass ihr immer die Videos guckt und kommentiert. Und ja, euch einfach das anguckt, was uns so viel Spaß macht. Also auf jeden Fall Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Ja, habt keine Scheu. Probiert einfach alles mal aus. Und ihr werdet staunen, was ihr eigentlich alles könnt. Dass ihr euch nicht gut vor zu Anfang und dann zum Schluss könnt. Ja, kommt gerne vorbei. Wäre auch schön, mal hier alle kennenzulernen. Ja, das ist halt, wir haben jetzt wieder offen mittwochs. Das ist halt immer schön hier, was mit den Menschen noch zu machen. Sonst abonnieren ist immer gut. Von meiner Seite aus gibt es eigentlich auch nicht wirklich viel mehr zu sagen. Außer vielen, vielen Dank für das Klicken der Videos. Ja, aktiviert die Glocke, lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, aber auch wichtig unten drunter schreiben, warum es euch nicht gefällt. So, das hilft uns weiter. Genau. Und ja, vielen Dank. Ja, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr das mit uns bis jetzt so ausgehalten habt. Und danke, dass ihr zuschaut. Wir werden weiter gerne für euch neue Videos bringen. Und ja, ich hoffe, dass euch weiterhin unserer Workshops gefallen. Heran. Und go. Go. Wir gratulieren zur Neueröffnung und... Wir gratulieren zur Neu... Herzlich willkommen zu unserem neuen Workshop zu Thema Schneideplatte. Und dieser unterscheidet sich in vielen Sachen von... Nicht in vielen Seien, so vielen. Ich finde es besser. Film ich mich wie ich Schokolade esse und ich gucke es zu. Geil. Hm. Schmeckt? Ein bisschen mehr. Oh Gott. Wie lautet deine Bewertung dieser Schokolade? Eine Skala von 0 bis 10? Also die Form macht keinen Weg, oder? Also egal wie schlecht die Schokolade wäre, die Form ist halt super. Danke für deine Bewertung. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Schokolade mit Isabel. Hallo. Mein Name ist Isabel und ich möchte euch heute den Vakuumformer vorstellen. Und den zeige ich euch gleich. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Workshop. Und heute geht es um das Thema Markforge, also unser Carbondrucker. Hallo. Hallo. Richtig schick aus. Du bist auf Video, ne? Ich wollte hier gucken. Guck mal. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube nur so ein bisschen, nur... Da wo du die Hand nimmst, glaube ich nur. Nicht schlimm. Last but not least. Wirbrände. Mädchen, 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 Mädchen. Lest but not least. Wirbrände. Es war irgendwie toll. Wirbrände. Oh Mann! Lufholz nehmen wir an, Lufholz. Weil wenn wir einmal wollen, dann geht das locker. Das muss ich in eine andere Richtung gehen. Das muss man in eine Schokoladenleitung. So, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet unseren... Nein, nee, ich muss noch mal anfangen, tut mir leid. Du stehst einfach da, dekorativ in der Gegend rum. Mach dich mal locker. So, und jetzt geht's los. Ich bin Isabelle, nein, ich bin nicht Isabelle. Ich bin Jakob, das ist Isabelle. Und heute geht's, wie gesagt, richtig. Okay, dann machen wir hier auch den Aufladen. Das war mein Start. Das ist schon geil. Ich dachte gerade, du willst erst eine Flamenco-Runde starten. Eva, wusstest du, dass jedes Jahr rund 30.000 Produkte auf den Markt gebracht werden? Echt? Ja, wirklich. Aber 90% davon entfucken sich als Misserfolge. Trotz hoher Ausgaben, Marktanalysen und weiteres. Ist ja Wahnsinn. Ja. Acht von zehn Innovationsprojekten scheitern. Das ist ja wirklich eine enorm hohe Zahl. Du hast die ganze Zeit richtig schön für dich gesprochen. Das ist ja wirklich. Ja, das ist eine gute Idee. Lass uns lossehen. Alles klar. Ja. Aber sie müssen noch etwas drüber gehen. Ne. Besetzt. Eine Erfüllung. Eine Erfüllung. Wie so eine alte Dame-Nachos. Conceptboard war eine echt coole Idee. Das anstellen der Person war ja wirklich einfach und auch die Zusammenarbeit. Ich mach Werbung, oder? Du bist doch unbezahlte Werbung-Kind-Spiel. Produktplatzierung. Das Erstellen der Person war ja richtig einfach und auch die Zusammenarbeit im Team hat super geklappt. Danke für den Riesen. Nein. Wir sind drüber. Ich lass das Conceptboard einfach weg, weil das ist ja nicht möglich, weil er nicht Conceptboard-Vorstellerin war. Genau. Das digitale Arbeiten. Ja. Das Erstellen der Person hat ja richtig leicht geklappt. Ähm. Nee. Hat nicht leicht geklappt. Hat nicht gut geklappt, oder war ich nicht leicht? Nee, hat gut geklappt. Hat gut geklappt. Das Erstellen der Person hat ja richtig gut geklappt. Und auch die Zusammenarbeit im Team war super. Ja, ich fand auch. Also das ist ein sehr schönes Tool und das werden wir auf jeden Fall auch weiterhin benutzen. Und unsere Persona, die wir jetzt erstellt haben, die nehmen wir dann auch gleich mit in unser nächstes Video. Hauste. Hauste. Olé. Tschakalaka. Welche Ideen machen wir so? Okay, wir sehen uns. Hauste!